Erzählen Sie ein Märchen, das jahrelig zurück, wo sich ein selig Pärchen fand in der Liebe Glück. Ich möchte gern verstehen, geheimnisvollen Sinn, es wird mir nicht entgehen, liegt unser Leben dringend. Ein Märchen? Ein Märchen ist dies, wer weiß, wer's erdacht, von einer Prinzessin und ihres Geldes macht. Sie war auch sehr schön von Gestalt und Gesicht, doch arm war ihr Herz, für die bekannte sie nicht. Ein Märchenprinz kam, da blieb sie nicht kühl, für ihn sie entdeckte ihr Herz und ihr Gefühl. Doch schwieg aus Stolz, wollte nicht um sie fragen, da sprach sie zu ihm, wie im Märchen soll's sein. Lieber Märchenprinz, oh, vergiss, wer ich bin. Lieber Märchenprinz, nehm' ich so, wie ich bin. Und er fühlt den Traum, wie ich einander traurig. Lass ihn nicht verzeiht, denn sonst hast du's versäuht. Goldbeinz, nehm' ich so, wie ich kann. Goldbeinz, nehm' ich so, wie ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020